herz willkommen zu einer neuen folge minecraft teams folge 3 ist da das jetzt folge 3 oder ist ja mit dabei ist wieder der melon joshi und wir haben heute ein paar neue ziele unter anderem will ich heute klausi erschaffen ob der klausi erschaffen dann will ich heute noch ein bisschen farm geben um klausi zu erschaffen beziehungsweise ich will nicht klausi erschaffen ich will klausi in diese welt hier bringen aus keine ahnung aus der welt von michael führer musste gerade überlegen wann er kommen ist michael führer ist gekommen und dann hat es wollten wir noch ausbauen und dann hast du noch was anderes geplant unsere diaristung das stimmt und nein das ist nicht dein ernst doch das ist ja gut das wäre es dann auch mit unserem weg gewesen würde sagen ich kann nirgendwo hinschicken alles kaputt machen gut das ist jetzt blöd gelaufen ja optimal gelaufen es ist blöd gelaufen es hat keine gesehen das hat keine gesehen habe ich auch andere stelle pack übrigens nicht wundern was glaube ich mehr zum projekt sowieso so was wieder repariert hast du wieder wie neu so ist jetzt ein bisschen anders strukturiert habe ich dann überhaupt noch nicht meine sonst eingestellt jetzt gehe ich nach der ganze weg ist gesprengt und das ist optimal da muss ich einen neuen weg brauchen ja ich kann nur nichts dafür wenn der creeper hier ja 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 so mehr hat mich angeknüpfen geht gar nicht unfreundlich oh nein nicht schon wieder creeper und zwei creeper nein nicht vorab bitte nicht nein mama gar nichts gemacht wird alles möglich gemacht gott sind die aggressiv ich habe gar nichts gemacht meine hüte immer diese minecraft mobs die so aggressiv wie sausen gibt es doch gar nicht doch bei roller und auf roller die bei 155 waren dort not sponsort hat copywiden nein noch creeper soll ich mal helfen also ich will nichts sagen aber jetzt erstes ja da unten ist eine ganz schöne creeper farm ich baue mal einen neuen weg zweiten habe ich das ist natürlich ein bisschen super optimal aber das habt ihr nicht gesehen habe alles gesehen habe alle danke sag mal ist die schwierigkeit irgendwie auf keine ahnung wer die schwierigkeit auf die hause na dann ist es kein wunder doch wenn die wollte es so der wollte eigentlich hardcore haben aber hardcore ich war zu blöd das zu finden ja natürlich hardcore als ob wir im hardcore machen ja na klar hardcore da wäre jetzt ne da wäre jetzt das spiel schon dreimal bis zu ende hätten wir nur zehn minuten gehabt und da wären wir schon wir sind ja alle schon mindestens einmal nach sechs minuten verreckt das kannst du nicht machen bisher lebensmüde bis hier so ich tue jetzt erstmal einen neuen weg hier bei uns boah was ist das denn hier sind ja haufen creeper was haben wir für eine creeper-farbe gefunden ich tue mal doch ausleuchten ja vielleicht doch gut ja aber ein gewisser herr hat ja gesagt wir brauchen nicht ausleuchten also ich sehe alles ja ich sehe auch alles aber du weißt ja wie alle wie die monster hier ne remi demmi machen deine aufnahme hat man kaum was gesehen wo du in der höhle warst ja das ist so schlimm ah ich könnte vielleicht auch die helligkeit mal auf hell machen das ist ja auch immer gut so ja villager ich habe nichts gemacht warum ist hier schon wieder ein Huhn das Mining Huhn ist wieder da das Mining Huhn ist wieder da ja das Mining Huhn ist wieder da wir brauchen einen Namen für das Huhn neee nicht Huhn Huhn ist zu spektakulär Gockel Gockel ja natürlich wir nennen es Gockel ja wir nennen es dann Huhn nicht Gockel Gockel mit weichem D ja ja ich leuchte hier mal alles aus werden wir Kupfer brauchen oder was ist das Kupfer ne doch Rohr Kupfer werden wir das immer mal brauchen Kupfer seit wann gibt es Kupfer Hä Kupfer Hä ich dachte immer das wäre Bronze Kupfer das ist Kupfer achso er äh Bronze ist ne Legierung äh keine Ahnung ich habe ein Sekt davon Chemielehrer ich würde ihn so sagen also nein Miesi Bronze kann man nicht finden ne ja das stimmt schon aber ich dachte trotzdem lass mich doch glaub wer da jetzt ein Chemielehrer anwesender Gott die armen Chemielehrer es tut mir leid jetzt kommen die Zombies schon wieder hier oben äh hier hoch es ist dunkel Hä wie wie kommen die Zombies hier schon wieder hoch geh weg piss dich unser Dorf echt glaub ich muss da hinten das doch noch zumachen das sieht mir zu hässlich aus wir haben aber wahrscheinlich auch die größte unter unter Wasser äh 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 unter unter unterirdische Höhle kann sein kann sein weiß ich nicht bisher war ich noch nicht bei Doc Lenny ähm so ich geh jetzt meinen und nackst wollte ich mach das ich wollte grad sagen du bist bei mir ein bisschen leiser ich bin reise ja jetzt nicht mehr ich hab dich wieder lauter gestellt ah da ist Eisen ok Eisen immer mitnehmen oder ja Eisen immer mitnehmen ok wir werden zwar bald eine Eisenbahn aber kohle 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 nicht gestorben ne aua 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 das kann sich jetzt ganz schnell ändern gleich ja ich hab nicht gesehen dass da auch ein Loch war ähm hast du noch eine kohle ich hab eine kohle ja äh da kann ich nämlich jetzt traden nochmal wo ist denn der eine Typ hier ist er so hab ich eins maragd achso dann wollten wir heute noch Haus bauen ja vielleicht äh nicht nur vielleicht das machen wir auch na anfangen nicht fertig äh äh mal gucken ich guck mir mal die stelle an was du da hinten alles lieber in schlafen oder lass mal mit schlafen ok die nacht wird durch geschlafen oh my ich mach gleich schnell aus äh äh wo hast du denn jetzt die stelle abgegrast äh äh der konkrete Hügel da oben welcher? hab ich da bisschen was der erste der Vorhügel oder ach der groß der ganz ganz große Hügel der ganz große ach der ganz 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 große achso ich dachte du meinst den ich dachte du meinst den kleinen Hügel nein der ist zu klein ja ich meine der von der Größe her da achso ja hier ja geht auch ich meine hat man okay ja können wir machen aber soll ich das noch so ein bisschen terraform oder wie wirst du denn wirst du so eine längliche Villa mit die die so keine ahnung lang geht keine ahnung ich habe mir bisher noch nicht mal gedanken gemacht über das draus okay jetzt haben wir wieder bloß sechs minuten bloß gelabert wegen der Sichtweiter ja so ja da geh ich ist ja egal geh ich jetzt äh weiter Dings warmen aber wenn ich innerhalb des Dorfes bin sehe ich das ganze Dorf verstehe ich nicht ja weiß ja auch immer noch nicht wie wir unser wie wir mein Pferd jetzt nennen mein Pferd ich weiß das auch nicht zweite Folge ist noch nicht so lange her Kohle 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 ja ich hab grad eine Spinne gehört warte ah hier ist Eisen Eisen sollten wir immer mitnehmen oder ja 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 na du willst ja Klaus beschwören stimmt ja dann brauchen wir noch Amboss für die Name Tags achso und ich hab keine Pickaxe mehr na alles oh mein Gott hier ist der Tommy Spawner und ich hab keine Pickaxe mit ich bau ne jetzt mit dem Schwert ab Tommy Spawner nein äh ne ich meine ich meine Dings äh Spinnenspawner Bönenspinn? ja naja nicht mich angreifen bitte nicht nein aua Aua ganz böse Biester oder es kommt mehr nein hier ist ja hier sind ja auch noch Netze Tiefe wir müssten vielleicht mal probieren Tropfsteine zu sparen das ist die nächste Spinnenspawner warum ist hier so viele Spinnenspawner Aua Tropfsteine ja ja Tropfsteine müssten ja mal damit wir Lavaquellen haben da ist ja noch übelst viel Eisen da ist ja noch so viel Eisen drin in der Kiste ähm Ofen Ofen? ja da war noch übelst viel Eisen ich hab da bisschen geschmeißen von dir und von mir achso ok ich geh jetzt mal nach wieviel ich hab 15 ok ich kann wieder traden wo ist der Typ hier ist der Typ nice ich werde doch nicht die Kohle doch du warnst du dich? na muss ich doch nein musst du nicht doch muss ich nein hör auf die Kohle zu traden mach sie in den Ofen rein man scheiße wir machen das mit Sticks ne ich meine den anderen den Fischer hier nein ne den kann man auch mit 20 Fäden traden ja Fäden kriege ich in den Höhlen-Dings äh genug ja gut dann nichts mehr mit Spinnen abbauen doch doch nein das bringen wir ja nix doch wenn wir die Spinnen töten aber die spawnen noch keine neuen Fäden wenn ich die abbaue darum gehts doch nein aber wenn wir die Spinnen töten schwappen die Fäden nein das ist komplett geistlich eingeschränkt machen die nicht Junge Spinnen schwappen Fäden hä? ich hab da nie eine Spinne Fäden droppen sehen oder bin ich oder bin ich gerade blöd blöd wie sonst was wahrscheinlich stimmt Spinnen droppen Fäden und Fäden kannst du Wolle machen stimmt so war das du hast immer wenn du ein Bett hast kannst du auch spinnen stimmt so war das aber die Höhlen spinnen droppen keine Fäden sicher? ja ja hab ich gerade getestet ich wenn ich jetzt runter komme ich eine Spinne kille die mir einen Faden droppt alter ist schön ja ne die Höhlen spinnen droppen keine glaube ich jedenfalls ne ich hab grad ich hab ein paar Spinnen getötet und die haben keine gedroppt aber diese diese bei den Spinnen spawnern sind ja immer so viele cobwebs ja ja wenn man die alle abbaut ich hab jetzt schon fast wieder einen Stack Spinnenweben Digga das würde das äh in Minecraft Minecraft äh hier Galactic Science wäre das übelst geil könntest du gleich zum Mars hab dir das ja vom Baum gefarmt hä? hab dir das vom Baum noch gefarmt ja ja jetzt mein Schwert fast kaputt mein Schwert ist auch gleich kaputt äh äh ich hol mal hier Holz mit ner mit ner mit ner Eisenpicke bau ich mal Holzbretter auf ja Gott Gott ich seh schon wieder die Kommentare aber ich krieg auch nette Kommentare ich hab zum Beispiel zum Beispiel letztens wieder einen netten Kommentar gekriegt mach weiter so danke äh ich ah hier ist der nächste Spinn spawner hier ist ne normale Spinne Piss dich geil nächste Spinn spawner abgebaut bist du bist du da wo ich bin? ich hab grad den Name-Tech gesehen ja ja ich bin bei dir in der Nähe ne die droppen keine ich hab grad wieder eine getötet die kleinen droppen tatsächlich keine die kleinen also die Höhlenspinne also die Höhlenspinne okay jetzt bin ich schon wieder vergibstet oh diese Ketten kann man auch mitnehmen naja das ist bestimmt dekorativ gut hier ist Eisen jedes Eisen kein Eisen bleibt zurück okay du bist bei mir sehr einer näher wo bist du? ah da bist du hast du ein Schwert? ein kaputt ist ganz kaputt ah da oben baust du mal bitte den Spinn spawner ab danke hab ich die cobwebs holen wir später ah hier ist Lapis Digga warum finde ich so viel Lapis alles klar ah Creeper oh man der ist selber runtergefallen äh Frage die ich mir stelle wie kommen wir raus ich tu mal für die Zuschauer so ne Fackel in der Hand halten und die was sehen ja ja mach das mal weil ich kann das ja in der Hand halten da geht das so zum Glück das ist ein gutes Feature von Michael wie ne Kraft ich hab kein Schwert mehr ah da ist der nächste Spinn spawner ah da ist ein Skelett oh uh ich hab eine Schallplatte echt wo 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 bist du wo hey hey hast du dir hey ein Skelett hat ein Creeper gekillt ach echt ja Skelett hat ein Creeper gekillt da kriegst du Schallplatte ja stimmt so war das ähm muss ich jetzt ein Skelett und ein Creeper finden ein Skelett habe ich Creeper nicht warum wollen wir jetzt Schallplatten äh weil die ich mag ich hab ne äh ganz besondere Schallplatte meine Lieblingsschallplatte die heißt glaube ich cat ne 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 andere keine ahnung ah wenn wenn ein Skelett ein Zombie tötet kommt da auch was raus ne oder nö nur Creepers nur Creepers sorry back in mein Kader blick ex frag mich wie ich jetzt hier rauskomme wo ist diese Mannschaft ähm das ist eine gute Frage kann sie dir aber leider nicht beantworten ich brauche mir jetzt erstmal ein neues Schwert so zack und bam ich hab schon über ich hab über ein Stack Fäden wow ich hab einfach fast zwei Stacks Fäden wo ist der Villager bin mit dem Traden ist es schon dunkel? ja bist du es? du bist der Pfeilmacher glaube ich ja meine Facken wieder jod du bist arbeitslos du bist arbeitslos wie ich dann in der Aufnahme so obdachlos das ist mir dann später auch erst aufgefallen so im Schnitt ah du bist das im Schnitt ist mir dann so aufgefallen dass ich gesagt hab wirklich du bist obdachlos ist der obdachlos Digga ich hab 5 Emeralds wir haben jetzt 9 Emeralds wer war das? achso was hä? wer war was? ich hab keine Ahnung wo von einer also ich hab diesmal wirklich keine Ahnung du hast die Zombies die Zombies die Zombies die Zombies die Zombies okay was mit Zombies oh mein Gott da ist ein Animan oh mein Gott der hat eine Blume in der Hand was? Löwenzahn das ist der heilige Löwenzahn Digga nach Misi hast du 100 Zombies gespawnt was? das ist gewinn das ist gewinn was? ne tja ich hab nix gemacht aber hat der aber bei uns war auch bei bei uns war 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 auch creeper problem die die sind alle bei Moritz gespawnt okay aber bei uns war ja auch äh so ein übelstes problem mit äh creepern ne ja ja in unserer Höhle aber dass das bei denen wirklich so krass ist ich hab diesmal nix gemacht kann er in der Aufnahme sehen ich hab nix gemacht also gut okay ich kanns auch ich hoffe welche mehr das könnte an der dieser Schwierigkeit liegen mhm das liegt auch an der Schwierigkeit bei uns war das auch so übelst krass ach ist heißen heißen lecker lecker schmecker aber noch mehr eisen wieso hab ich denn das ganze eisen übersehen in der letzten folge wo ich meinen war ah hier ist spinn links ah das ist hier noch die überreste von immer anderen spinns bauen ah da ist noch mehr eisen da ist noch mehr eisen jeder kopf aber immer noch spinnen ist unter uns noch eine spinns von mlg mlg alles noch mehr eisen oder noch mehr eisen oh mein gott wir könnten heute auch in den neta gehen jetzt habe ich noch nicht so zeitig ich auch nicht also wir haben wir haben einfach wir haben einfach fast 26 eisen was ist das da kann es auch die entscheidenden jetzt weg machen wenn du nicht möchtest die verzauberung kannst du weg machen wenn du die natürlich nicht möchtest ja ich weiß nicht ob die gut sind alles ist eins würde nichts davon verhalten und nicht erst mal okay ich habe ein ambos gekraftet das ist gut wo soll ich den hinstellen wenn wir drauf perfekt wir haben übrigens drei name tags alleine diesen einen minenschacht gefunden das ist und die folge geht schon wieder nein bestimmt also es tut mir auch leid wenn es für euch also kann ja mal in die kommentare schreiben ob mehr videos dafür kürzere oder weniger videos dafür längere ich weiß ja nicht wie das ist weil das ist immer angenehmer wenn wir länger aufnehmen können als wir wenn wir immer nach einer viertelstunde gleich neue folgen und anfang das ist ein bisschen vor allem mit dem stein ist das auch ein bisschen angenehmer so dann würde ich auch sagen machen wir auch hier gleich mal hier den guten alten klaus wie viel brauchen wir 1234 blöcke brauchen und kürbis okay da haben wir fast einsteck eisen wir haben uns einsteck eisen geopfert kürbis haben wir kürbis ich habe kürbis ja ich habe neuen kürbis ja sogar aber die müssen wir noch schnitzen hast du eine schere dann müssen wir uns eine machen ich bin ich auch kann und ich habe eine schere wir haben als einsteck eisen geopfert wow okay wir wussten aber noch geben hier ist der nametag ich bin dann ihnen schon mal um in klaus mit k oder mit c glaube mit c oder habe ich denn ja ich glaube ich habe ihn klaus genannt aber ich weiß nicht mehr wie wir geschrieben wurde mein handy ich bin schon wieder das ist toll ist es nicht bitte hallo doch mal auf ganz ganz böse wenn sie kurz mal auf meinen kanal gucken hier habe ich den ding genannt mit c oder ist oder soll ich dir mit mit k klaus würde ich weiter sagen was ich würde mit c das heißt wir haben ein namen schuld klaus und mein damen herr du musst dabei sein bei der ceremonie wo soll der gespawnt sein werden wir wollen ja nicht dass er verrägt irgendwo wo es sicher ist eigentlich in diesem gehege aber dann müssen wir das gehege kurz noch größer machen okay und wir können dein fährt auch noch ein machen stimmt da kann klaus auf das pferd aufpassen wo ist mein pferd wo ist mein pferd ja ich hab's dafür dafür ja es ist ein auto ich habe ein auto schlicht dafür das ist abbauen ja warte muss nur was das wir tauschen das habe ich da angebaut für bücher warum wachsen die bären eigentlich nicht hier ist eine katze vielleicht dauert es noch eine weile habe ich das nicht verfügen ach das habe ich in das habe ich dem bread machen wir erst mal ein neues schwert noch das und dann wird klaus erschaffen glaubst du das gehe ist groß genug das muss noch viel viel größer ich habe hier noch 44 holz zäune warum haben wir zwei tore warum haben wir 4 3 2 ach so dass wir keine ahnung warum ich habe keinen weg ich meine achtsmann ich was machst du ich bin das vergrößern machen noch größer nein wenn du bist du positioniert meine bäre jetzt haben wir zwar über das hier macht den sound das hier hin jetzt geht das holz aus es wirkt nicht so traurig warte ich mache das extra dafür zu haben wir machen hier so weiter dass das in die breite noch geht wo ist mein pferd hin man dass es immer abhauen muss warum bist du jetzt da hinten wie schnell bist du denkst du das ist vor einer sekunde abgehauen ja nein mein pferd ist zwar schnell aber kann nicht sehr hoch springen so und jetzt beschwören wir es beschwören wir ihn mach dich du musst herkommen na warte du musst jetzt herkommen warte doch mal warte wir machen das bei tag wir schlafen ich bin vom bett gerutscht also für das erste reich dieses gehege glaubst du wir können klaus irgendwie dann noch mit zu uns nach hause bringen ja das hat da einfach sicher wohnen kann wenn wir so ein extra zimmer für ihn machen aber wie bringen wir denn da müssen wir ja den ganze zeit schieben oder kann man kann man kann man die an die leine setzen dann brauchen wir hier eine lohe eine lohe ja wieso ja dann kann er sich da reinsetzen obwohl ich weiß nicht können eisengolems da rein doch eisengolems können mit einer leine wenn dann wirklich äh hier steht ne warte wo steht es wo steht es wir werden dafür erstmal eine leine brauchen hier stand es doch gerade angelegt werden können axolotl bienen delphine eisbeeren eisengolems punkt punkt das heißt wir können anscheinend eisengolem ist tatsächlich okay komm her komm her komm her komm her komm her oder komm her ja so wie rum so rum geht jetzt geht rum aus dem 3 2 1 und der kürbiskopf komm ne fuck komm her 4 ja klaus das das erste gesetz der robotik habe ich erfolg leute hast auch einen erfolg freigeschalten ach wahrscheinlich weil du mit mir im team bist oder oder ne oder hä keine ahnung du hast auch das das erste gesetz der robotik ja vielleicht würde ich sagen weil wir im team sind kann tatsächlich sein weil das ist ja von ist ja kein plugin das ist ja von minecraft klaus endlich bist du da und ja war die reise von von minecraft world ne war es minecraft world das ist nicht ne na in badwars hast du ihn doch das erste mal stimmt der ist ja nicht mal der ist nicht in minecraft world entstanden der ist in minecraft badwars entstanden stimmt klaus es tut mir leid du kommst aus minecraft badwars und wie war die reise von minecraft badwars war gut okay lass ich dich mal alleine ja wir haben klaus unser guter alter klaus wir haben ihn vermisst aus minecraft badwars naja minecraft badwars wird auf meinem kanal auch nicht aussterben hat immer eine folge geben minecraft badwars ist halt immer so ein zeitloses projekt auf meinem kanal wenn eben kein projekt gerade in planung ist oder so können wir immer das bringen minecraft badwars video das ist schön deswegen mag ich minecraft badwars acapulco acapulco gibt es übrigens wirklich das ist eine stadt in mexiko nein was ist du schreit irgendwas pulco acapulco was ist damit das ist eine stadt weil ich runtergesprungen wer komm mal her zu mir zum pferdestall komm mal zu klaus okay erschossen komm mal zu mir ja jetzt komm mit ach lol wer ist er denn wer ist er denn was machst du denn hier hä warte mal warte mal warte mal also erstmal wusste ich nicht dass wir so einen kleinen steinbruch also wer hat das ist ja wirklich schon so wie so ein kleiner stein warum haben wir eine unterwasserhöhle hier warum hast du mir nicht erzählt wüsste gar nicht dass wir hier eine unterwasserhöhle haben lol warte mal hier ist der eine eisengolem wir haben fünf stück oder hä eins zwei warte mal wo kommen denn die anderen her wir hatten doch in der letzten folge noch zwei vier hä warte mal eins zwei drei fünf wir haben fünf eisengolems wir haben fünf eisengolems hä aber in der letzten folge waren das doch noch zwei der hier und der dahinter die werden immer gesprungen ja ja ich weiß aber dass ich dachte wenn einer da ist werden werden keine neuen gespawnt ne 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 die werden so lange gespawnt bis die dorfwohner sich sicher fühlen also wenn diese eisengolems sich von einem bestimmten radius entfernen werden neue gespawnt ach lol wer bist du denn kann der überleben unterwasser das aussieht schon er ist schon länger dort krass dann machen wir noch und dann nennen wir den wir nennen den tiefseetaucher jones tiefseetaucher jones das ist jetzt der tiefseetaucher jones alle mal hashtag tiefseetaucher jones in die kommentare soll ich ihn mal retten und wieder hier hoch ach nein nein du kannst ihn nicht lassen solange der kein schaden mehr extra für sollen wir extra für ihn so ein kleines häuschen unter wasser bauen können wir machen aber ich wusste denn gar nicht ey es sieht aber wirklich so aus als ein kleiner steinbruch hier sei es ein bisschen abgelehnt so ein bisschen weiter unten so groß und dann ganz tief lol hä aber dass wir eine unterwasserhöhle haben wusste ich gar nicht ich wüsste eigentlich auch noch nicht so ganz lol ok ja solange der keinen schaden nimmt kann er unten bleiben wenn wir angegriffen werden der wird hier unter wasser angekommen hä aber warte man das google ich jetzt nehmen jemand äh iron golems unter wasser wagen iron golems nimmt kein schaden durch tnt ok ok beide verbringen ihre zeit dauerhaft und aber ok die können anscheinend tatsächlich dauerhaft unter wasser bleiben die ganze zeit was unsere spezialeinheit das wusste ich gar nicht dass die unter wasser kein fallschaden keinen schaden durch tnt taugen eisernen golem sinken auf den meeresgrund und scheinen keinen schaden zu nehmen wenn sie keine luft mehr haben wenn sie keine luft mehr haben ist mir zumindest so aufgefallen als ich ein paar von ihnen gebaut habe hat jemand anscheinend gesagt aber lol das ist militärausbildung karten die höchste militär lol ich meine ok das macht schon irgendwie sinn ne eisen und so aber krass dass die tatsächlich unter wasser die ganze das wusste ich auch noch nicht und ich wusste auch noch nicht dass sie keinen schaden durch tnt nehmen das sind unsere ritter das wusste ich alles noch gar nicht ok ich auch nicht krass wieder was neues gelernt minecraft stunde mit misi mit dem typ der einen pfeil im kopf steckt also misi ja ich will mal so sagen wer hat jetzt unser dorf angreift der ist erledigt ja ich repariere dich mal wir haben 5 eisengold aber wenn spieler die 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 villager angreift dann ähm tun die auch angreifen dann ok dann tun die alle angreifen gut das heißt wenn jetzt doch lenny zu uns kommt dann wenn jetzt irgendjemand ein dorf wohne angreift der ist tot ok so krass ok das wusste ich noch nicht dass wir unter wasser tauchen können das heißt wir haben jetzt einen unter wasser der tiefstehtaurer jones das ist jetzt unser neuer das ist jetzt die elite einheit mhm tiefstehtaurer jones das ist meine katze ich möchte eine katze zählen ich auch musst du angeln gehen ja ne aber ich hatte eine katze ich habe fische und hatte meine katze gefunden aber die ist das weg achso das blöd ähm ähm ah coole ich sollte vielleicht mal was essen ok das heißt wir haben jetzt tiefste taucher also selbst wenn unter wasser zombies kommen hier ne ist vorbei die kommen gar nicht erst bis zu unserem dorf hier haben wir diese einheit ok krass 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 das wusste ich tatsächlich noch nicht dass ich keinen schaden ne soll ich mich mal vielleicht mehr über mich informieren und ich jetzt weniger mit dorf wohne anlegen ja also jetzt wenn du dich jetzt anlegst du da bist du fertig ja die haben eine armee die haben halt wirklich schon eine armee die haben halt wirklich schon eine armee au moritz ist noch da aber sonst ist sind beide raus ja warum das frage ich mich auch weiß ich nicht oh mein gott hier sind dorfbewohner zombies ok brauchen wir aber nicht weißt du was wir jetzt haben können was zumifizierte dorfwohner die wir zurück verwandeln wir haben jetzt eine hundertprozentige chance dass sie sich wieder zurück verwandeln unsere warum das ja allgemein dorfwohner die zumifiziert sind wir haben ja jetzt eine hundertprozentige chance na weil wir schwierigkeitsschwer haben ach so bei normal haben wir nur eine 50 prozentige chance also so laut den alten versionen wie es jetzt ist weiß ich nicht ja wahrscheinlich ich glaub das ist so geblieben ok krass das heißt es hat doch was gutes wenn wir es ist ein bisschen bisher ist es mir noch nicht aufgefallen dass wir überhaupt schwer spielen ja auch nicht mir auch nicht so richtig außer dass ich die ganze zeit fressen muss weil ich die ganze zeit schaden nehme das ist anscheinend auch hier ein spawnloser links oder bestimmt der den ich vorne gebaut habe mein schwert ist schon wieder fast kaputt aber diese cobwebs sie zerstören mein schwert einfach sowas von extrem habe ich schon vier schwerter auf dem gebissen einfach nur durch cobwebs habe ich schwer färter schwerter kaputt gemacht oh ich sehe lapis ich glaube wir sollten so langsam auch mal an enchantment table denken oder ja ja ich habe schon eine diapicke brauch nur noch obsidian das kann ich jetzt eigentlich auch holen naja hol mal obsidian weil lapis habe ich lapis habe ich auch in der tru ja dann würde ich würden wir mal hier ein bisschen auch mit charming auch gehen damit wir auch was das angeht ein bisschen überlegen sind oh mein gott hier ist ein 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 oh hast du obsidian ja habe ich denke wir brauchen wir brauchen man braucht drei weil ich denke nie daran mit dass man in der mitte noch ein obsidian ist mir letztens auch mal passiert wir sind die bewohner aus dem verlorenen land oh mein gott ich werde schon fast wieder explodiert ich glaube einfach so ganz gemütlich rum auf einmal finde ich schon wieder so ein zombie mit voller goldressen und goldenen entscheidenden hosen oh mein gott ich habe die entscheidenden hosen bekommen schutz 2 sind sogar gar nicht so ganz kaputt also die kann man auch so ein bisschen benutzen sollte man lieber eine fackel in der hand halten dass ich hier würde sagen das machen okay wir haben jetzt zaubertisch warum fällt mir grad das lied ein ich will haben wir jetzt okay geil hast du leder leder habe ich ja gut dann können wir nämlich unseren verzauernstisch verbessern so so ja ja leder müssen ja obwohl so viel leder leder ist immer das war woran es bei mir scheitert muss mal gucken ob ich jeder ab ich finde schade dass der wie auch immer wieder heißt kein leder handelt handelt er keine leder für emuels aber nicht emuels für leder das ist kacke ja aber da muss es doch bestimmt auch eingeben der sowas macht 7 leder hast du 7 leder ja gut das reicht für 7 bücher ich habe auch noch ein bisschen leder 14 leder habe okay dann reicht es erstmal für ein paar bookshelves okay jetzt wird wieder die vierte folge anscheinend wieder apropos vierte folge müssen langsam mal abmoderation machen ansonsten tue ich ja wieder den höhlengang in den ex besonders passiert raus schneiden ja habe ich in der letzten folge auch gemacht weil sonst ist sonst hier passiert ja jetzt nicht so viel sei denn ich finde die hast du mich das rein schneiden aber ansonsten war ich nicht hier gestern schon gut gemacht also wolle war es hat er abgewehrt ja ja und dias anscheinend war ich hier doch noch nicht auch wieder zwei stück näher immerhin jetzt habe ich schon vier stück hier sind teilweise auch so enge schluchten so enge so enge schluchten so keine ahnung jetzt so brauche ich es nicht kann man genügend kann ich wieder hochkommen mach doch ja gut jetzt habe ich jetzt wieder hochkommen lass mich raus ich muss hier raus so Leute ich würde sagen das war es für den folge gewesen wenn ihr mehr sehen wollt du hast es da hinten schon aufgebaut cool nice wenn ihr mehr sehen wollt dann lasst ein like da was macht der eisengolem lasst ein like da abonniert und aktiviert die glocke um kein video mehr zu verpassen schreibt in den kommentar das würde mich wie immer sehr sehr freuen bis zur nächsten folge und ciao schreibt alle Hashtag wie heißt der tiefsee Johnny oder so in den kommentaren bei und da b d d Bis zum nächsten Mal.